Hallo und herzlich Willkommen zu einem neuen Video hier auf Farmerama Crew. Ja Willkommen zu einer neuen Rätselbaumausbeute Kunterbunte. Ich habe wirklich schon seit über einem halben Jahr keine mehr rausgestellt und ich habe tatsächlich alle drei Farmflächen vollgestellt mit Rätselbäumen und habe immer noch welche im Inventar. Würde wahrscheinlich noch mal für eine komplette Fläche reichen, aber die lasse ich jetzt einfach drin liegen und sammle jetzt erstmal wieder. Auf jeden Fall. Wie gesagt, ich habe schon lange keine mehr aufgemacht. Ich muss auch gestehen, ich blicke überhaupt nicht mehr durch. Vor allem jetzt bei den Bäumen, bei den Stellen geht es noch einigermaßen, aber bei den Bäumen bin ich echt raus. Ich kann euch nicht mal sagen, ob das jetzt ein aktueller, ein alter Rätselbaum ist oder was weiß ich. Wir lassen uns jetzt überraschen. Ich kann auch gar nicht sagen, wie die Bäume, die jeweiligen neuen Bäume von den einzelnen Rätselbäumen heißen. Ich weiß es nicht. Lassen wir uns einfach überraschen. So, ich sage mal so, XXL Upgrades sind immer gut. XL sehe ich nicht gerne. So, Lambert Hasel und Volemi, das kenne ich noch. Roterle kenne ich auch noch. Bin mal gespannt. So, Silberpappel kenne ich tatsächlich auch noch. Einige Ahornbäume. XXL, wie gesagt, XXL ist immer gut. Roterle XXL nehme ich gerne mit. Volemi Kiefer natürlich auch. Hier, Baum von Thule. Habe ich noch nie in meinem Leben gesehen. Sieht auf jeden Fall mega geil aus. Und wie geil sieht der Krummbaum aus? Ist das nicht sogar ein ziemlich aktueller? Ich habe keine Ahnung. Beide ziemlich schick. Wirklich. Oh, und nochmal ein Krummbaum. Sehr schön. Sehr schön. Honigdorn. Honigdorn, das war der letzte, den ich mir gekauft habe. Da habe ich nämlich zwei. Da habe ich, glaube ich, das Rätselbaum-Paket gekauft. Und nochmal ein Krummbaum. Sehr schön. Perfekt. Da können von mir aus noch zehn rauskommen. Freue ich mich sehr drüber. Wunschbaum. Perfekt. Rosenkranz Pappel XXL. Wusste ich gar nicht, dass es mittlerweile ein Upgrade gibt. Was haben wir hier? Esche XXL. Okay. So. Pappel Pflaumenbaum sagt mir auch noch was. Das ist die prähistorische Tanne. Die kenne ich ja auch noch. Nur das Upgrade nicht. Hallo. Dann halt nicht. Bitternussbaum. Wie geht das jetzt hier nicht? Hallo. Ich will den... Vielleicht, wenn ich das weg mache? Ne, bringt nichts. Perfekt. So. Mandel, Mandel. Einige Mandelbäume. Na, Hauptsache XXL. Sagen wir es mal so. Pappel Pflaumenbaum. Sehr gut. Rosenkranz Pappel XXL. Nehme ich auch gerne mit nochmal Wunschbaum. So. Wieso geht das nicht? Bleibt der halt liegen. Jetzt. So. Was ist das hier? Ein Lammert Hasel. Kenne ich auch nur das Standard. Äh, Upgrade. So. Ihr seht auch, es sind alles möglich. Jetzt haben wir hier, äh, karriert. Oder wie auch immer man das kariert. Ach, keine Ahnung, wie man das ausspricht. Ähm, wir hatten, glaube ich, vorher schon ein paar andere. Es sind alle möglichen. Windgepeitschter Baum. Also, ich muss sagen, bis jetzt der schönste. Der sieht verdammt geil aus. Sehr schön. Hoffe ich, dass ich nochmal... Okay, es gibt schon Wunschbaum XXL. Wusse ich nicht. Okay. Baum von Thule nochmal. Sehr schön. Das ist natürlich geil, wenn man lange keine Bäume mehr aufgemacht hat und man dann ganz viele neue kriegt. Das ist natürlich schon ziemlich geil. So. Ähm, und ich weiß gar nicht, ob ich es angesprochen hatte. Also, keiner von diesen Rätselbäumen habe ich gekauft. Also, da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, es klingt jetzt auch vielleicht für manche bescheuert, finde ich es jetzt nicht schlimm, dass ich ein XL Upgrade kriege. Ähm, ich habe nämlich nicht allzu viele Wunschbäume und das ist ja ein Wunschbaum. Auch wenn jetzt da ein XXL Upgrade drauf ist. Deswegen freue ich mich trotzdem ein bisschen. Sieht natürlich nicht schick aus, aber ein Wunschbaum. So, das hier kenne ich noch. Norfolk-Tanne ist ein ziemlich alter Baum. Da ist noch Esche normal. Ja, Mojave. Das ist ein älterer. Mojave sagt mir noch was. Esche. Da gibt es noch die Edelkastanie. Aha. Genau, da ist nämlich die Rosenkranzpappel neu dabei. So. Ich muss jetzt sagen, hier mit den Namen geht es noch. Aber ich glaube, bei Bahamarama gibt es schon... Kapelleneich ist der nicht... Das war, meine ich, der vorletzte Rätselbaum oder der letzte. Kann das sein? Auf jeden Fall richtig geil. Freue mich sehr. Was ich sagen wollte. Auf Bahamarama haben die teilweise... Sowas kann man noch leicht aussprechen. Baum von Thule oder wie auch immer. Aber ich glaube, bei Bahamarama, da gibt es ein paar Bäume, die nicht ganz so einfach zum Aussprechen auch sind. Aber das werden wir im nächsten Video sehen. Denn das habe ich nämlich auch noch aufgenommen. Alle Flächen voll. So, Roterle normal. Das heißt, das war wieder ein älterer Rätsel. Rätselbaum. Judasbaum. Auch schon ziemlich alt. Außenkranzpappel. Ach, herrlich. Das ist auch viel schöner, wie wenn man Rätselstelle aufmacht. Harlekinweide. Das ist ja auch schon ziemlich alt. Weil wenn man Rätselstelle aufmacht, da ist alles gelb und orange. Hier funkelt es schön. Das ist nicht ganz so schlimm. Auch wenn die X-Upgrades nicht ganz so toll aussehen. Und Lemmy. Das war der Judasbaum. Ein Angiobirnenbaum. Auch ein ziemlich alter Baum. Ich frage mich, was da der Neue ist bei Praline. Immer interessieren. Anhand der Frucht kann ich es nicht erkennen. Ein Judasbaum nochmal. So. Machen wir mal ein bisschen schneller auf. Wir haben hier noch drei Flächen. Dann. Lerche XXL. Sehr schön. Nochmal Edelkastanie. Prähistorische Tanne. Ulemmi nochmal. Sonora. Ist das jetzt hier? Okay. Da ist die Roterle neu dabei. Das erkenne ich an der Frucht. Ja, jetzt geht wieder dieses blöde Fenster da nicht weg. Ich hasse es. Oh, was ist das hier? Pappelflaumebaum. Okay. Quesillo. Das sagt mir gar nichts. Aber das ist die Frucht von der Pappelflaume. Oder? Ja, genau. Das ist eine Roterle. Geh doch mal weg. Ich sehe nichts. Was zum Kotzen. Ich habe auch in meinem Inventar geheimnisvolle Setslinge gesehen. Das war noch das war noch richtig geile Setslinge. Da gab es nicht dieses ganze XXL und XL Gedöns. Aber die mache ich irgendwann mal auf, wenn ich ein paar mehr habe. Die kriegt man ja manchmal beim Levelaufstieg aus der Box raus. Dass ich da mal so ein richtiges Retro-Video mache. Mit ganz allen Rätselbeuren. Drillingsbaum. Das muss auch. Ja, hier. Lotse. Ein sehr, sehr alter Baum sein. Da ist nämlich die Eistanne neu dabei. Schlehe XXL ist da noch dabei. Also man sieht. Ich habe da auch ein paar alte dabei. Alte Schinken. So. Songgao sagt mir die Frucht wieder gar nichts. Baum von Thule. Und nochmal ein Honigdorn. Schick. Was ich mir ja wünschen würde. Erzeugnisbäume. Könnten wir doch mal wieder einen reinhauen. Weil das letzte war ja der Honigbaum. Und dann kam zwar mal ein Werkzeugbaum noch. Aber das ist auch schon so lange her. Das gab es mal bei einem Event. Und dann kam gar nichts mehr. Wäre doch mal schön. Einfach so ein keine Ahnung Trüffelbaum. Angora Wollenbaum. Das wäre so geil. Weil Produktionsstätten rauszuklatschen. Jetzt kann man natürlich sagen. Ja, es gibt doch Speicherhallen. Habe ich tatsächlich nur eine und die ist nicht mal abgecredit bei mir. Und Bäume nehmen einfach da brauchen wir nicht darüber diskutieren. Boah, wahnsinnig viele Honigdornen fällt mir gerade auf. Nehmen einfach bei Weitem nicht so viel Platz weg wie wenn ich eine Produktionsstätte hinplatsche. Das Equo ja auch ziemlich alt. Ja, Eistann, ne? Und hier Schwarzweide gefällt mir immer noch richtig gut. Fand ich damals schon schön. Finde ich heute noch schön. So, machen wir mal hier auf. Wahnsinnig viele Wunschbäume die ich da habe. Schon wieder. Wieder der da oben geht nicht auf. Naja, den mache ich dann nach dem Video. Muss ich ein paar andere Sachen abreißen. Aber das möchte ich jetzt nicht machen weil sonst zieht sich es nochmal. Da wird schon nichts Besonderes rauskommen. Der geilste Ich fand ja generell noch damals die Setzlinge also wo sie noch Setzlinge hießen. Das war einfach die geilste Zeit wo auch die Chance bestand ja tatsächlich einen Tulpgrünenbaum zu ziehen. Ja, das waren einfach noch Zeiten. Es war einfach geil. Jetzt hat man natürlich Chance Bergwacholder XXL mit Bergwacholder. Den normalen Baum hat alles angefangen bei uns mit YouTube. Das war die allererste Rätselbaum Ausbeute. Da habe ich das allererste mal Geld reingesteckt um mir Setzlinge zu kaufen. Und da war die der Bergwacholder nagelneu. So, was ich sagen wollte genau Tulpgrünenbaum kann man aus der Piccolo-Kiste rauskriegen. Mirabellenbaum was ist das für ein Rätselbaum jetzt gewesen? So, Trauerweide auch ziemlich alt. Blauregen nochmal zu Tulpgrünenbaum Der Mr. Mammolo vielleicht kennt ihn ja der ein oder andere Der hat ich fand's jetzt ich glaube mittlerweile aus den Piccolo-Kisten man kriegt ja immer durch Events ja jetzt immer welche immer wieder welche das finde ich echt cool hat der mittlerweile ich meine drei oder vier Tulpgrünenbäume insgesamt schon erbeutet. Ich leider noch keinen einzigen Oh, nochmal so ein windgepeitschter Baum der sieht einfach geil aus Magnolie XXL Sehr schön Xihu muss dann auch ein älterer sein wenn da die Mirabelle drin ist Ah, jetzt hab ich einen Baum gedüngt wollte ich nicht Ja, es wäre schon ein Traum Also ich habe zwei Tulpgrünenbäume damals aus diesem Event diesem Kräutergarten da gab es zwei Stück muss ich aber auch ehrlich gestehen da habe ich Geld reingesteckt Ich glaube 25 Euro für diesen größten Eventkorb Aber das war es mir wert Zwei Tulpgrünenbäume Ach, ich habe die gar nicht ganz voll gemacht Ich hätte gedacht Ah, nee bei Bahamarama da habe ich so viele übrig Naja Äh Waren waren jetzt stehen geblieben Hatten es von den Tulpgrünenbäumen Ja genau Da haben wir diesen Kräutergarten hat sich mein Bruder der hat sich da auch beide geholt gehabt Jetzt kriegen wir jeden Tag zwei Tulpgrünen Mag vielleicht nicht viel klingen Aber man muss es immer auf den Monat rechnen oder zumindest auf die Woche 2 mal 7 Das sind 14 Tulpgrünen in der Woche Ein Rätselbaum kostet 5 Tulpgrünen Das heißt man kann sich knapp 3 Rätselbäume pro Woche kaufen Theoretisch Ich haue sie natürlich nicht immer gleich raus Ich sammle die einfach weil es irgendwann mal wieder eine Ranke oder sowas kommt Da gebe ich dann die Tulpgrünen aus Judasbaum Sahara Okay Sagt mir auch gar nichts Ich habe 4 mal hintereinander die Ulme Ich habe so viele Ulmen Ich habe glaube mittlerweile schon 60 Ulmern mit den ganzen Ulmen Na ja So Alles so Ältere Bäume Die kenne ich alle noch Edelkastanie Anschubiere den Baum Lambert Hasel Ah das war die Frucht von jetzt Stimmt Lambert Haselnuss Ist immer geil wenn dann alles so flunkert Am geilsten ist wenn du eine Fläche hast mit dem einen und selben Baum und allen XXL Flunkert die ganze Wiese Geil Pekanus auch ziemlich alt So jetzt Endspurt die letzten 4 Da kann die Ulme rauskommen okay muss nicht sein Amberbaum naja gut das war es hier mit dieser riesen Rätselbaum Ausbeute waren einige neue für mich neue Bäume dabei am besten ist diese windgepeitschte dieser windgepeitschte Baum ich weiß nicht mehr wie er hieß den finde ich echt schick waren aber auch andere tolle Preise dabei Bäume ich sage Preise Bäume meine ich und jetzt ist mein Lager wieder voll mit vielen verschiedenen Bäumen und ja das war es mit der Rätselbaum Ausbeute ich wünsche euch noch einen schönen Tag und würde sagen Tschö mit Ö Ich wünsche euch